Aber es springt noch niemand. Mach mal, mach mal. Ja, aber es springt noch niemand. Also, er hat gemeint, wenn die reinkommen... Jetzt verfolgen wir sie. Jetzt, Aufnahme. Ich schon. Welcher von beiden ist es jetzt? Ja, aber ich auch nicht. Bei euch ist es einfach mal ein schönere Priat. Vielleicht gehen die auch zu zweit drauf. Meinst du? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich die Gänsehaut. Was macht der andere? Der andere halt, er macht nichts. Er läuft einfach nur ein bisschen rum. Er macht die Unverwarnung. Oder? Ne, der zieht schon so eine Runde. Machst du? Echt? So ne schöne. Drin, 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 drin. So, das ist die 4. Jetzt kommt er auf die 5a. Jetzt machst du es drauf alles? Klar. So. Nicht scheiß Stativ, Mann. Warum? Weil es keinen Stand hat. Jetzt ist es nicht mehr da gekommen. Ja, nicht so einfach. Aber so schnell sind sie gar nicht. Ja. Auf den langen Strecken halt, dann geben sie Gas. Okay, das war's, oder? Ne. Doch? Ne. Scheiß. Ja. Einfach immer verfolgen, ja? Ja. Ja. Jetzt zum Konferenzieren. Das ist das 11. Das ist das 11. Oh. Oh, Fehler. Okay. Und er möchte, dass wir nach jedem Stopp machen. Also nach jedem müssen wir einmal... Also jetzt bin ich einmal Stopp. Genau.